Musik Sonntag, 14.30 Uhr. Ungewöhnliche Zeit für eine Folge der Dampferschule, aber ich sage es gleich wie es ist. Ich entschuldige mich dafür, Krankheit. Tatsächlich hat es mich wieder mal ein bisschen ausgenockt, heute auch noch, aber was sein muss, muss sein. Jetzt hole ich es eben heute nach anstelle von gestern. Schön, dass ihr trotzdem hier Zeit habt für eine neue Folge. Thema heute das Wickeldeck. Grüße alle, die jetzt hier heute live mit dabei sind. Und für alle, die das jetzt hier konsumieren und dann hoffen, dass wir dann auch nach der Folge hier noch ein längeres Geplauder hier dann irgendwie starten werden. Ich muss jetzt gleich heute sagen, nein, nach dieser Folge werde ich mich dann wieder zur Ruhe begeben und weiter auskurieren. Ich hoffe, dass wir am kommenden Dienstag dann ein bisschen mehr Zeit finden und vor allem ich dann auch wieder fitter bin. Also wenn ich zwischendurch mal ganz kurz ein bisschen schnaufen sollte, verzeiht es mir. Jetzt aber ab zum Thema. Was ist das Wickeldeck? Wir haben ja den ganzen Verdampfer von oben nach unten langsam mal durch und jetzt kommen wir quasi, wenn man so möchte, zum Kernstück von so einem Gerät. Irgendwo an jedem Selbstwickelverdampfer muss natürlich irgendwo die Keul und die Watte verbaut werden und genau dies geschieht beim Wickeldeck. Bei klassischen RTAs findet man das Wickeldeck eben im unteren Bereich des Geräts, bei zum Beispiel RDTAs oben liegend. Grundsätzlich wollt ihr selbst Wickeln üben, seht zu, dass ihr einen Verdampfer kauft, bei dem ihr einfach und unkompliziert eben an dieses Wickeldeck kommt. Ihr werdet anfangs öfter ans Deck müssen, als ihr mal denkt und später, wenn ihr dann wieder dann schon geübter seid, wird das Ganze selbstverständlich einfacher. Dann darf auch das Wickeldeck etwas komplizierter versteckt verbaut sein. RTAs, also sogenannte Tröpfler, bieten oft ein relativ großes Deck, einfach um zu üben, aber ihr habt dann natürlich keinen Tank mit dabei. Wem jetzt diese Abkürzungen RTA, RDA und so weiter nicht sagen, schaut euch doch gerne mal die vorhergehenden Folgen der Dampferschule an. Da werden genau diese Begrifflichkeiten erklärt. Schaut also dann für euch selber, was für euch die ideale Lösung ist. Da gibt es natürlich jetzt hier kein Patentrezept. Das Deck selbst ist also der Teil, in dem die Wickelung direkt verbaut wird und dieses Deck ist dann, auf welchem Weg auch immer, mit der sogenannten Base integriert. Also die Basis des ganzen Gerätes, auf dem dann letztlich sich alles aufbaut. Meist wird das Deck mit der Base verschraubt. Ich habe überlegt und bin für mich selber dann zum Schluss gekommen, die Base alleine wird jetzt keine einzige oder keine ganze Folge jetzt hier füllen. Von daher eventuell noch den einen oder anderen Teil dadurch besprechen. Aber die Base an sich einfach nur die untere Platte, wenn man so will, den unteren Bereich, wo dann alles darauf aufgebaut wird. Das Wickeldeck selbst sieht auch nicht überall gleich aus. Hier jetzt die typischsten Beispiele. Single Coil Deck. Wohl die häufigste Deckvariante überhaupt. Ihr findet auf zwei Seiten des Decks je eine Möglichkeit vor, eine Coil einzubauen. Egal ob mittels kleinen Klemmen oder direkten Verschraubungen, also wirklich ganz kleinen Minischrauben. Irgendwie wird eben eine Coil im Deck fixiert. Und eine Seite bildet den Pluspol, die andere eben den Minuspol. Der Strom fließt dann eben von einer Seite zur anderen und so wird die Coil selbst erhitzt. Beim Single Coil Deck habt ihr je nach Verdampfer mal mehr, mal weniger Platz für die Coil. Da gibt es natürlich hier alle verschiedenen Größen. Für riesige Coils, für ganz ganz kleine Coils, für MTL Dampfen reichen meistens kleine. Bei DL entsprechend größer, bei restriktivem DL von klein bis groß und ja alles und alles dazwischen. Der Coil Einbau wird hier auch oft erleichtert, da es irgendwo am Deck eine Führungshilfe gibt, die euch dann zeigen soll, in welcher Höhe denn dann diese Coil platziert werden soll. Muss nicht dabei sein, findet man aber gar nicht so selten. Die nächste Deckform wäre das Dual Coil, äh ich versuche es nochmal, das Dual Coil Deck. Hier gilt prinzipiell das gleiche wie für das Single Coil Deck, aber dieses Deck ist eben für zwei Coils ausgelegt. Diese sollten dann eben parallel zueinander verbaut werden. Und falls ihr euch fragt, ja, es gibt auch Decks für drei, vier, fünf und nach oben hin fast grenzenlos Coils. Bloß, das ist jetzt weder typisch noch praktisch in der Anwendung, noch sieht man es wirklich sehr häufig. Und für Einsteiger sind dann solche Decks sowieso nicht zu empfehlen, das ist dann eher für die kleine Basteleife zwischendurch oder ausnahmsweise mal die mega riesen Oberwolke bauen. Das hat aber jetzt hier in der Dampferschule an sich sonst nichts verloren. Und wie gesagt, bei den gängigen Geräten, die ihr kauft, ein bis zwei Coils, das ist das, was eher gängig ist. Was es dann noch gibt, ist ein eher seltsam klingendes Wort. Das Wort Velocity Deck oder Velocity Style Deck. Ihr habt ja links und rechts auf dem Deck Pfosten, in denen je zwei Löcher sind. Zwei auf dem Pluspol, zwei auf dem Minuspol. In diese Löcher kommen dann die Beinchen von der Coil, also die Enden. Und mittels kleiner Schrauben wird diese dann fixiert und im Prinzip sind wir damit auch schon wieder fertig mit dem Einbau. Bei dieser Bauart ist es dann auch egal, wie herum die Coil eingebaut werden muss, also ob ihr den Draht links herum oder rechts herum gewickelt habt. Das kann bei dem klassischen Single Coil Deck nicht egal sein. Darauf kann man achten müssen. Auch wieder ein bisschen je nach Bauweise. Es gibt auch Varianten, die für insgesamt zwei oder wieder mal noch mehr Coils ausgelegt sind, auch beim Velocity Deck. Das ist dann wieder eher auch für höhere Leistungen ausgelegt. Prinzipiell eine leicht zu handhabende Deckvariante. Velocity ist übrigens nichts anderes als der Name des Verdampfers, der diese Form erstmals verbaut hatte. Der Name wird halt quasi seither als Synonym verwendet. Was man da jetzt aber dann wieder sagen muss, hier ist es dann wieder wichtig, die Ausrichtung der Coil dann zu üben. Also in welcher Höhe soll dann die Coil prinzipiell eingebaut werden. Postless Decks, die nächste Bauform. Hier fehlen exakt diese beiden Pfosten auf diesem Deck. Ihr habt lediglich Schrauben, die, wenn ihr diese Herausdreh der Öffnung freigeben, wo ihr eben die Coilbeinchen hineinstecken müsst. Und dann muss das Ganze festgeschraubt werden. Klingt jetzt sehr, sehr einfach. Ist es auch meistens. Aber es gibt einen großen Nachteil. Ihr habt bei Postless Decks oft keine Hilfen, wo ihr selber sehen könnt und abmessen könnt, Ja, wie lange müssen denn diese Beinchen von der Coil jetzt dann sein? Zwei, drei Millimeter, ein Zentimeter, keine Ahnung. Da müsst ihr dann herum experimentieren, herum üben. Das ist natürlich jetzt eine Wickeldeck-Variante, die noch ein bisschen mehr Übung erfordert und Auseinandersetzung mit dem Gerät an sich. Ja, Vorteil allerdings, man kann dadurch jetzt allerdings schon aufgrund der Coilposition sehr, sehr viel noch Ausdruckverdampfern herausholen und dann vielleicht sogar noch ein bisschen den Geschmack verbessern für einen. Ich lese es jetzt hier gerade, die Patricia schreibt, Einige Postless-Verdampfer haben so Abschneid-Hilfe-Tools dabei. Ja, leider nicht alle. Klar, das ist ja kein Standard. Aber da gibt es ein kleines Werkzeug, das man so beilegt. Messgerät, wo dann angezeigt wird, in welcher Höhe idealerweise für diesen einen Verdampfer dann die Coils zugeschnitten werden sollen. Leider ist dieses Werkzeug aber dann nicht auf jeden anderen Verdampfer übertragbar. Das heißt, für diesen einen ist es dann so konzipiert, beim nächsten kann genau die gleiche, ja, in dem Fall nicht mehr so große Hilfe, nicht mehr hilfreich sein. Also, was ich damit nur sagen möchte, ist, ja, Postless-Tags wirklich leicht zu verbauen, aber es bedarf noch mehr Übung als bei einem klassischen Single-Coil-Deck. Gleiches gilt im Übrigen jetzt hier nicht nur, was den Geschmack angeht, sondern auch die Nikotinstärke. Wie sehr ihr denn das jetzt hier empfindet und ob es euch zu viel oder dann zu wenig ist. Auch da kann man hier bei Postless-Tags sehr leicht mit der Coilhöhe dann noch etwas variieren. Also, wenn ihr da beim ersten Mal enttäuscht seid, üben, üben, üben und hoffentlich ist es dann was für euch. Der Name Post steht hier im Übrigen generell bei jedem Wickeldeck hier als Begriff für Pole. Ein etwas anderes Deck, nicht mal unbedingt vom Aufbau, aber wenn man es ansieht, sieht es auf jeden Fall wieder einmal ganz, ganz anders aus. Mesh-Deck. Hier eine Besonderheit. Also, anstelle einer typischen Coil wird hier Mesh, also letztlich ein Drahtgeflecht, verbaut. Kommt meistens im DL-Bereich zur Anwendung. So bekommt ihr eine große Oberfläche. Diese wird eben dann genauso erhitzt wie jede andere Coil auch. Und dieses Mesh kann halt mittels Klemmen links und rechts fixiert werden oder durchgezogen werden und im Nachhinein dann fixiert werden. Da kommt es natürlich dann wieder ganz speziell auf den Anbieter an, der diese Verdampfer vertreibt, wie die halt dann kreiert sind. Die Patricia hier im Chat freut sich. Mesh ist dann unter anderem ihr Thema. Definitiv mehr als mein Thema. Ja, ich habe Erfahrungen mit Mesh-Decks, aber zu wenig. Um da jetzt wirklich andere Weisheiten noch von mir geben zu können. Ich weiß, dass sie existieren. Habe sie getestet. Habe mich aber nie so in eine Olde-Tauchlichkeit beim Thema Mesh-Coil begeben. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr mal ein Mesh-Deck seht. Es sieht schon mal anders aus. Natürlich ein Drahtgeflecht ist breiter. Braucht mehr Raum, braucht mehr Platz. Ihr braucht mehr Watte. Also optisch schon von einem klassischen Single-Coil-Deck leicht zu unterscheiden. Jetzt eine Bauform, eine Wickel-Deck-Form. Naja, die ich jetzt mal gleich mal sagen muss. Bitte nicht für Anfänger, nicht für Einsteiger. Ihr werdet nicht glücklich werden damit. Genesis-Deck. Ich beharre immer noch auf Genesis und nicht Genesis. Also beim Genesis-Deck gibt es eine Besonderheit. Hier habt ihr keine Watte verbaut. Hier wird eine kleine Rolle gebastelt, eben aus Mesh und rundherum. Um diese kleine Rolle wird der Draht gewickelt. Und das Liquid wird über das Mesh-Röllchen dann zur Coil transportiert. Dies ist, finde ich, einmal die aufwendigste Art. Und auch das Deck sieht hier so aus, dass man anfangs mal überlegen muss, ja, wie kommt denn die Coil hier eigentlich hier rein und wie verbaue ich denn das, wenn man also eher vom klassischen Single-Coil-Deck hier kommt. Großer Unterschied? Schon mal die Richtung. Der Draht wird nämlich hier nicht waagrecht, sondern senkrecht fixiert, damit eben dann dieses Mesh-Röllchen nach unten zum Tank schauen kann. Wenn alles korrekt gemacht wird, ist das eine ganz tolle Geschichte und schmeckt und funktioniert und so weiter. Aber trotzdem, einem Einsteiger, wir sind hier beim Thema die Dampfer-Schule, erster Selbstwickler, ich behaupte mal, ihr werdet wirklich nicht glücklich. Es gibt viele, viele Fehlerquellen beim Thema Genesis-Verdampfer. Es würde euch vielleicht nicht überraschen, dass es hier bei den ganzen Deckvarianten auch wieder Hybride gibt. Teile, die man jetzt fertig kaufen kann als zum Beispiel Single-Coil-Deck, dann bietet aber dieser gleiche Hersteller dann wiederum mal an einen extra Bauteil und dann kann man das hier dann sogar umbauen auf, egal, einem RDA oder einem Dual-Coiler, was auch immer. Also auch diese Optionen kann es geben. Schaut da halt vielleicht im Vorfeld, bevor ihr euch entscheidet, wenn ihr ein bisschen experimentieren wollt, sucht euch da vielleicht mal auch einen Selbstwickler aus, der mehrere Möglichkeiten bietet. Das waren aber jetzt noch nicht alle, die mir eingefallen sind. Es gibt hier noch etwas auch vielleicht für die Nostalgiker. Das Drei-Post-Deck. Heute glaube ich, oder weiß ich eigentlich, weil ich habe ja nicht so wenig aktuelle Verdampfer, ganz, 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 ganz selten in Anwendung. Die Besonderheit, hier habt ihr mittig im Deck drei Posts. In der Mitte der Pluspol, links und rechts daneben eben insgesamt zwei Minuspole. Das ist eben eine Dual-Coil-Variante. Im Pluspol liegen nun zwei Beinchen und das andere, der jeweiligen Coil, wird eben dann links oder rechts verschraubt. Das ist ein bisschen fummelig beim Einbau, definitiv. Und auch das Ausrichten der Coil ist hier nicht ganz so einfach wie bei einem ganz normalen anderen Deck. Es gibt aber eine Erweiterung. Ich glaube, die Hersteller früher haben dann auch mal so gesehen, ist ein bisschen kompliziert. Also hat man dann eine neue Lösung dann gefunden. Da hat man einfach den Pluspol, der mittig sitzt, wie gesagt, mit einem Loch. Den hat man halt dann mit zwei Löchern versehen, etwas breiter dann gebaut. Und dann klappte das auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Welches ist jetzt das beste Deck? Keine Ahnung, ganz ganz klar. Ja, absolut keine Ahnung. Da kann ich nur sagen, testet es aus, probiert es aus und schreibt mir doch vielleicht auch in die Kommentare des Videos im Anschluss, was eure favorisierten Deckvarianten sind. Für meinen persönlichen Geschmack ist es das klassische Single-Coil-Deck. Aber Geschmäcker sind verschieden. Zum Abschluss aber noch die Frage, aus welchen Teilen besteht eigentlich so ein Deck? Ich habe es schon erwähnt, in jedem Fall braucht ihr einen Pluspol-Bereich, in jedem Fall braucht ihr einen Minuspol-Bereich. Diese Bereiche müssen voneinander baulich allerdings getrennt sein, sonst habt ihr einen Kurzschluss. Dafür gibt es eben sogenannte Isolatoren, die am Deck verbaut sind. Egal bei welcher Bauform. Achtet also bitte ganz speziell darauf, wenn ihr einen Selbstwickler habt und ihr baut dieses mal ganz auseinander, dieses Teil für Reinigung oder weil irgendein Teil mal getauscht werden muss, dass ihr eben dann diesen Isolator, der kann manchmal klein sein, nicht verliert. Ihr braucht ihn und er muss auch danach wieder korrekt eingesetzt werden, sonst funktioniert der ganze Verdampfer nicht mehr. Und es gibt natürlich auch in jedem Fall zusätzlich zu den Posts, in welcher Form auch immer, und bei Postless gibt es trotzdem einen Plus- und einen Minuspol, und dem Isolator auf jeden Fall eben irgendeine Art von Fixierungsmöglichkeit. Oftmals sind Schlittschrauben, Kreuzschrauben, Imbusschrauben, was auch immer, irgendetwas, womit die Keul fixiert werden muss. Und dann brauchen wir noch eine Möglichkeit, die Luft zur Keul kommen zu lassen, dann sind wir aber schon wieder beim Thema Base. Oder bei manchen, wenn die Luft dann nur seitlich zur Keul kommt, dann sind wir eher wieder im Bereich des Tankgehäuses, also auch nicht mehr unmittelbar beim Wickeldeck. Im Deck selber finden sich aber auch noch Wattetaschen, meistens. Eben, bei Genesis logischerweise nicht, denn da gibt es ja auch gar keine Watte. Und Wattetaschen, ich sage es, glaube ich, in fast jedem Video und habe sie auch schon mal erwähnt, das Typische von mir, wenn ihr Watte verlegt, stopft die Watte niemals in diese Wattetaschen, legt sie dicht in die Wattetaschen. Wird die Watte zu sehr gestopft? Ich weiß, viele von euch können es vielleicht nicht mehr hören, aber man kann es auch nicht oft genug wiederholen, gerade im Anfängerbereich. Stopft ihr die Watte wirklich in diese Löcher? Habt ihr schlicht und einfach einen Liquid-Nachfluss-Abriss und ihr habt dann drei Hit und die ganze Geschichte schmeckt entsprechend miserabel? Wollt ihr generell nicht? Generell kann man auch noch sagen, dass sehr viele Decks wirklich sehr, sehr kleine Schrauben integriert haben. Sehr kleine. Manche Anbieter packen halt auch so kleine Werkzeuge, so Multitools in die Schachteln, dann so hinein in die Verpackung, damit ihr auch dann gleich loslegen könnt. Ich rate aber, wenn ihr längere Zeit mal so beim Selbstwickeln bleiben wollt, steigt um auf vernünftiges Werkzeug. Dauerhafteres, gut in der Hand liegendes Werkzeug. Ihr werdet den Unterschied deutlich spüren. Aber spaßhalber kann man dann, wenn man nichts anderes zur Hand hat, auch mal die mitgeschickten Werkzeuge verwenden. Aber die sind halt auch nicht für die Ewigkeit gebaut. Stichwort Ewigkeit. Auch viele Schrauben leider. Auch viele Schrauben leider sind nicht für die Ewigkeit gebaut und sind halt aus einem eher weichen Material. Und da haben wir dann schon mal das Problem, dass Schrauben ein Schwachpunkt sicherlich mal so sein können, abgenudelt irgendwie sind und nicht mehr schön dann zu Schrauben gehen. Also ja, Hersteller geben auch oftmals Ersatzteiltütchen in die Verpackung, wo man eben dann die Schrauben am Deck austauschen kann. Aber ja, auch das ist irgendwann durch. Und irgendwann kommt man vielleicht dann wirklich in die Lage, richtige, gescheite, andere, passende Schrauben nachzukaufen. Das war meine Weisheit zum Thema Wickeldeck. Wichtige Frage hier in die Runde. Vielleicht habt ihr es währenddessen auch schon geschrieben, aber wie wichtig ist euch denn die Bauform? Also habt ihr so Kriterien, wo ihr sagt, okay, wenn das jetzt hier ein Postless Deck ist zum Beispiel, egal ob jetzt MTL oder DL-Bereich, das werfen wir jetzt mal alles so ganz zusammen, dann wäre das vielleicht ein Ausschlusskriterium. Oder ich kaufe nur Single Coil. Oder ich kaufe eben nur Velocity Style. Was auch immer. Vielleicht gibt es das ja. Patricia schreibt, weniger wichtig als der Geschmack, aber schon gerne nicht zu friemelig. Das Thema friemelig, also ist der Bauform oftmals geschuldet beziehungsweise auch der Dampfvariante geschuldet. Wieder Thema DL-MTL. DL. Da gibt es halt ganz, ganz riesen Geräte. Riesen Wickeldecks. Da kann man sich wirklich auch als Grobmotoriger sicher fühlen. Und dann gibt es halt MTL-Mini-fitzelige Fummeldinger. Ja, da brauchst du nicht nur Brille, brauchst du eine Lupe und darfst nicht mal irgendwie zittern. Und die Schrauben sind halt leider auch oft mal so, dass die gefühlt 0,1 Millimeter nur hineingeschraubt werden dürfen. Und wenn man da zwei Umdrehungen macht, dann fallen die schon runter und du findest die nie wieder. Die sind vom Universum gefressen. Also das ist halt einerseits herstellerbedingt, andererseits natürlich dampfartbedingt. Ja, ansonsten lese ich hier Andi Burki, Christi, schmecken muss es. Dampfgärre nur Single. Und Grundlchen mag nur noch Single. Der Rest ist eigentlich egal. Ja, also kein Siffen. Ja, kein Siffen ist wichtig. Das ist allerdings natürlich jetzt hier Wickeldeck unabhängig. Also da liegen die Fehler bei anderen Komponenten. Carlos Conil schreibt nur kein Mesh. Und Carlos Conil untermauert seine Meinung noch mit Er hat kein Mesh und er will kein Mesh. Ich habe die Vermutung, Carlos Conil ist nicht der größte Fan von Mesh. So. Ich glaube, das haben wir jetzt verstanden. Genesis ist schon perfekt. Ja, weiß ich nicht. Also, ich kenne tatsächlich auch im privaten Umfeld Leute, die lieben Genesis. Manche haben das auch schon ausprobiert, aber dann doch nicht so happy damit. Und ich bin, glaube ich, für mich zu wenig Bastler. Meine normalen Single-Coil-Wickelungen sehen ja auch schon nicht aus wie aus dem Katalog. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie lange ich herumscheiße, bis das dann bei Genesis wirklich so passt, wie es passen soll, ohne dass da irgendwo noch irgendwo etwas glüht, wo was nicht glühen soll. Und die ist wirklich schön parallel zueinander dann so gewickelt ist. Aber darauf gehe ich jetzt gar nicht noch länger ein. Wie gesagt, das ist nicht das Thema in einer Dampferschule. Aber ja, ich glaube es euch, dass es Leute gibt, die nur das bevorzugen. Werde ich wahrscheinlich nie dazugehören. Grundlicher schreibt auch, Mesh ist halt meist zu süß und säuft mir zu viel, also verbraucht zu viel Liquid. Ulte Kulte schreibt einfach, Single-Coil passt. Ja, ja, ja. Gut. Also, ich glaube auch, ist euch irgendein Punkt noch aufgefallen, den ich vergessen habe beim Thema Wickeldeck selber? Irgendetwas, wo ihr sagt, Moment, wäre gerade für Anfänger jetzt hier aber noch wichtig. Ja. Ich habe überlegt und, wie ihr merkt, mir ist nichts mehr dazu eingefallen. Und wenn von euch jetzt hier nicht noch so ein Einwand kommt, so eine Grätsche, mit der ich ganz gut leben könnte, ja, dann würde ich diese Folge heute hier auch abschließen. Ich glaube, du hast alles Wichtige gesagt, schreibt die Patricia, danke fürs Mitdenken hier in die Runde. Ja, denn tatsächlich sehe ich es nie als großes Problem, wenn man mir sagt, Moment, das und das hast du vergessen. Es gibt halt einfach hier umfangreiche Themen. Und natürlich, das kann man schon noch sagen, neben der Airflow ist wahrscheinlich das Wickeldeck, behaupte ich jetzt mal, die wichtigste Komponente an einem RTA. Ja, ist so. Und deswegen auch zu Recht viele Variationen, viele Möglichkeiten für euch, viele Möglichkeiten da draußen, dass ihr das mal durchprobiert. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was denn eurer Meinung nach die besten Deckvarianten sind. Vielleicht noch mit Erklärung, dann weiß ich es auch mal. Ja, gut. Ja, Flying Vapor, Servus, grüß dich, Robert. Gute Besserung und schönen Sonntag euch noch allen. Genau, die Abmoderation kommt wie gerufen, denn das war die heutige Folge der Dampferschule. Eine wichtige Info noch an euch, und zwar diesmal nicht krankheitsbedingt, sondern positiver besetzt urlaubsbedingt, gibt es in 14 Tagen keine neue Folge. Denn da bin ich noch in Amerika und das geht sie nicht aus und das wird nichts. Deswegen die nächste Dampferschule-Folge regulär wieder in vier Wochen. Ja, was soll ich sagen? Macht es gut. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns bei der nächsten Dampferschule oder zuvor im nächsten Video. Macht es gut. Tschüss.